So meine Freunde, für alle die jetzt noch dazu gestoßen sind, ja, Master Yi Midlane, die in Katharina, mhm, ne, aber wir haben Nimbus, Predatore und Delarity, ne, wir blocken das mit, wenn sie ihr, ja ok, haben wir nicht ganz geschafft, aber ist ok, ne, das ist ok, ich glaube Master Yi Midlane ist Beyond Broken, Musik ist glaube ich dezent laut habe ich das Gefühl, nur dezent, Beyond Broken Leute, wir machen jetzt nämlich den, wir gehen weg und sie kommt und jetzt machen wir BABABABBapp, ja ok, ne, ist ok, ich wollte jetzt mit Conquerors spielen, aber, ne, wir roamen einfach nachher, wir rennen einfach nachher die Botlane runter Leute, einfach die Botlane runter und jetzt machen wir so und, au, aber eigentlich ist das gar nicht so bad, aber sie, ja, ja, und noch eins, 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 noch eins Ich hatte Celarity Leute, ich hatte Celarity, ein Movement Speed Ich habe mich da gesehen, ach scheiße fängt richtig gut an ey. Manchmal muss man für sowas aber gehen Leute, muss man Das Ding ist, ich bin ja Entertainer. Wäre ich ein Pussy-Tainer gewesen, hätte ich gesagt, ja komm, wir spielen safe und töten sie später. Ich will aber ja was für meine Viewer tun, ne, das muss ja, ne, manchmal muss man einfach mal was machen. Das gehört einfach eben dazu. Ein Mann, ein Wort. Außerdem ist die Lane gegen Katharina ja eh free. End of Flashback. Außerdem ist die Lane gegen Katharina ja eh free. End of Flashback. Der Greed is real, kann man so unterschreiben, jawohl. Vielen Dank dir. Welcome. Welcome, welcome. Oh, jetzt springt sie, oder doch nicht. Ähm, vielen Dank. Das war mir sehr obvious. Guck mal, wie wir das schnetzeln, Leute. Ha! Ne, ich, ich out. Guck mal, das ist free. Very free lane. Very free. Ne, very, very free lane. Also, wir haben nicht nur Schwerter, Leute. Stellt euch mal vor. Also, wir haben halt eins in der Hand. Miau, miau. Ne, aber, ähm. Bada, 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 bada. Ja, Autotec. Und Autotec. Und, ja, äh, ich mein, sie hat auch keine Ignite mehr. Aber wir gehen jetzt eh gleich shoppen, weil das Ding ist, sie hat ja grad Schwerter und ich noch nicht. Aber hier sind halt grad noch Minionen und wenn ich da jetzt reingehe, sterbe ich vermutlich. Vermutlich sterbe ich jetzt schon. Nein, 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 nein. Ähm, Gank. Aber Twitch kommt. Ich könnte ein Bait machen. Gib, 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 ich könnte Q into W machen. Und Autotank Ja, easy Out Sand, Leute. Einfach out-sand den Gegner Na, ich hab doch gesagt, die Lane ist free Da kannst du den Gegner gerne auch mal ein Kill geben Das ist halt übel, gar kein Problem Free Lane is free Zack, zack, zack Und jetzt nehmen wir die Dinger noch Und jetzt haben wir halt Geld Geiles Geld Und jetzt würden halt viele sagen, ja Tobi, geh so Rageblade und so Aber ich kaufe jetzt Lidality Nur die wahre Lidality ist da Jetzt haben wir sogar noch ein Ein spitzes, zackiges Schwert Uiuiuiui So, wir machen jetzt sogar ziemlich saftigen Damage Und wir können jetzt eigentlich pretty much die Botlane runterlaufen So schnell bin ich nicht Aber hier, ja, okay, ja, 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 ja Ja, 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 das Ding ist an Ja, 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 ja Brrrr Ja, 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 ja 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 Dribbler Bei Minute sechs Ein Dribbler Sagen wir sieben Ich hab bei Minute sechs angefangen loszuladen Ja, äh, äh Das war der schnellste Back in Mexiko, würde ich sagen Ja, hallo So, schön Ich hab gesagt, das wird free Ne, hab ich gesagt Wir haben gerade kein Ultimate, aber sie kann ja nichts Was soll sie tun? Wenn sie sich dreht, dann mach ich glaube ich einfach mein Ding an Glaub ich, oder? Guck mal den Dammit Genau Ich mach so Auto-Taxi so, ja Ich mach so nochmal Auto-Taxi so, nee Ja, wir gehen mal Bot-Lane Ist die Frage, ob das gut ist, wenn ich da jetzt reingehe Ja, hallo Hallöchen Heilung, 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 Heilung So, wir haben bald Jomo's fertig Ähm, ist das Rank natürlich Was the fuck, auf welchem Kanal bist du hier? Ja, hallo Hat ich schon tot Neh, weil es ist bekommen Was war das denn für eine Aktion? Oh, Plates, 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 Plates Plates Schlag Ich hab Ago, help Ah Mir fehlt halt ein bisschen Kneten Ja, ich will auch was von Plates Na toll, danke Weißt du, ohne Witz Ich mach alles für mein Team Alles Danke, ich kann nicht hier deep gehen, weil Ich mach einfach so Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ich hab Ja Ja, also, ja Ja, komm Ja Hm, hm Nee Nee So, ähm Aber wir haben jetzt Jumus endlich fertig, Leute Finally Schön Jetzt brauchen wir noch Schuhe Und haben wir gut dabei Alles, was ich machen kann, ist nichts Allerdings ist Tzatziki da unten noch Ähm Okay, ähm Guter Tag Autotech Into Into Ult Into Into Autotech Into Autotech Into Autotech Into Q Nice Combo Into laufen, laufen, laufen Predatore Ja Ja Gutes Design Gutes Champion Design Schön Jetzt können wir aus dem Tau, bitte Ich will auch, ich will auch Ich will auch Miausschlag Miau Ah, okay Miau So Later Out Sand mal wieder Gut outplayed Ich finde, wenn du halt vier Counterplay hast, dann ist das immer gut Ja, ich mein, man muss ja auch fair sein Immerhin wirst du nicht unsterblich während dieser Animation Oder auch eher, da würde ich mich halt auch sehen Wir machen jetzt Er Der Autotech Autotech Into Into Unto Und leider, leider Ja Oh, ich habe geweht Das hat nicht gereicht Oder sollen wir in sie rein Марie Ich glaube, ich intere in sie rein, oder? Wir machen einfach mal an und gucken, was passiert Later Komm schon, bitte noch einen Later Schlag Das muss man sehen, Leute. Das war schon, äh, längst kommen, glaube ich, mir gerade 43 Gegner entgegen. Vielleicht ist es auch 44. Das ist schon nicht schlecht für zwei Items. Ja, okay, da kann ich wirklich nicht dahin sagen. Stip, stip. Äh, ich brenne. Uff. Ähm, ja. Uff. 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 Autotech. Into Autotech. Into Autotech. Und ja. Schön, 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 schön. Ich hab noch gut gekriegt, aber ist gut. Guten Tag. Ähm, ne, doch nicht. Doch, jetzt. Jetzt gehen wir drauf. Hier, Gin, helpt mir. Helpt mir. Ja, moin. Was geht? Was geht? Ich mach halt mit einem Autotech irgendwie so 341.000 Schaden, hab ich das Gefühl. Aber ich werde dann einfach... Okay, wir haben gewonnen. Free Game. Very free. Very free. Very free Midlane Master Yi Game. Yi Midlane war das. Jawohl. Schön. Schön. Very schön. Very, very schön. Duuuuud. Nein. Hy کیen. freutcheinnen. Catherine